Ihr Lieben, Jesper macht eine ganz besondere Erfahrung mit Taufe und was ihm da widerfährt, erzählt Maike Barnal in dem Buch Dein Leben, Dein Moment, das sie zusammen mit Emilia Hanke geschrieben hat. Und ich möchte euch diese Erzählung einmal in Auszügen vorlesen. Früh am Morgen bricht Jesper auf, an diesem besonderen Tag. Gut 200 Kilometer liegen vor ihm. Er kennt die Strecke gut. Wie viele hundertmal ist er sie wohl schon gefahren in den 67 Jahren seines bisherigen Lebens? Aber heute ist alles anders, denkt er, als er den Wagen aus seinem Dorf lenkt, Richtung Osten. Auf nach Kopenhagen. In der Christkirken in Kopenhagens Innenviertel Westerbro hat das Team um Mette Grammstrup schon alles vorbereitet. Der Kirchenraum ist geschmückt, die Positionen verteilt. Zwei stehen am Eingang. Sie begrüßen herzlich. Wer auch immer es ist, der oder die hereinkommt. Manche treten schüchtern durch die Tür, andere sind erwartungsfroh. So wie Jesper. Genau weiß das Team nicht, was es erwartet. Es ist jedes Mal neu und anders. Dann legt Mettes Mann los, spielt die ersten Töne auf der Orgel. Die nächsten Stunden wird er Melodien in den Raum senden für ganz besondere Momente. Mette selbst steht am Taufbecken. Sie wird heute taufen. Wer auch immer spontan heute kommt, kann die Taufe empfangen. Ohne Voranmeldung, einfach so. Es ist spät geworden. Mette tun die Füße weh. Sieben Stunden hat sie vorne am Taufbecken gestanden. Sieben Stunden. Sie ist erschöpft und gleichzeitig erfüllt bis oben hin. Womit? Das kann sie gar nicht richtig sagen. Aber eigentlich kann es nur das sein, was man versucht, mit Heiligem Geist zu benennen. Da ist ein Strahlen in ihr. Spät am Abend ist auch Jesper erfüllt und beseelt. Als er wieder nach Hause abbiegt, ist alles gleich und doch alles anders. Sein Dorf ist dasselbe geblieben. Aber er ist ein anderer geworden. Nach 67 Jahren ist etwas geschehen, das sein Leben in ein anderes Licht rückt. Bis vor einigen Monaten hat er nicht gewusst, was ihm gefehlt hat. All diese Jahre. Genau genommen hat Jesper die meiste Zeit überhaupt nicht gewusst, dass ihm etwas fehlt. Bis zu dem Tag, als er den Post zur Drop-in-Taufe in der Christkirken bei Facebook entdeckte. Aber heute Abend fühlt er sich wie noch nie. Ganz. Und zu Hause. Ihr Lieben, eine Drop-in-Taufe ist jetzt allerdings keine neue Erfindung aus Dänemark. Die gab es schon vor 2000 Jahren und wurde von Johannes dem Täufer am bzw. im Jordan angeboten. Ähnlich wie bei einer Drop-in-Taufe in Dänemark musste man sich nicht vorher anmelden. Es musste kein Papierkram erledigt werden. Und Kirchenbücher gab es damals noch gar nicht, in denen die Taufen als Amtshandlungen erfasst werden mussten. Johannes war da und wer wollte, konnte einfach zu ihm kommen und sich taufen lassen. Im Jordan. Es mussten vorher keine Hürden genommen werden, um sich taufen zu lassen. Nur die Bereitschaft, etwas an sich oder in sich zu verändern oder verändern zu lassen, die musste da sein. Johannes hat, wie er selbst sagt, nur mit Wasser getauft. Er kündigt Jesus Christus als einen an, der mit Heiligem Geist taufen würde. Diese Taufe, die führen wir Christinnen und Christen heute noch fort. Auch in unseren Taufen heute ist der Heilige Geist wirksam. Der mag nicht mehr wie eine Taube vom Himmel kommen, aber er ist da. Und auch diese Stimme aus dem Himmel, die gibt es noch. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Die Stimme, die ist nur viel subtiler, viel feinfühliger, als sie das damals bei der Taufe Jesu war. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Du bist mein geliebtes Kind allen Anwesenden damals am Jordan in den Ohren gedröhnt hat. Wenn heute getauft wird, dann bekommen die Täuflinge das auch gesagt, aber anders. Vielleicht durch einen Waschhandschuh, auf dem steht Gottesgeschenk. Ich bin getauft. Einen solchen Handschuh bekommen bei uns die Täuflinge zur Taufe geschenkt. Oder es ist der Taufspruch, der Gottes Liebe zu ihren Kindern ausdrückt. Oder es ist ein Lied. Oder die Annahme und Fürsorge durch andere Christinnen. Taufe ist also einerseits der Ausdruck, dass Gott uns lieb hat, aber sie ist noch viel mehr. Ja, Emilia Hanke beschreibt die Bedeutung der Taufe auch in dem Buch Dein Leben, Dein Moment. Und ich finde, sie macht das ganz eindrücklich. Und auch das möchte ich euch nochmal vorlesen. Das Kapitel trägt den Titel Aufbruch oder die Sehnsucht nach einem guten Anfang. Und Emilia Hanke schreibt, stell dir vor, du kämst mit deiner Geburt in eine Welt, in der Gutes und Böses, Leben und Tod, Schönheit und Schrecken nebeneinander existieren. Stell dir vor, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass es irgendwo in, mit und über dieser Welt so etwas wie einen Gott gibt. Was würdest du dann tun? Ich würde mich sicherheitshalber von Anfang an und gemeinsam mit anderen, mit diesem Gott, der Kraft zum Guten, dem Überwinder des Todes, der Chance auf einen Neuanfang, dem Beistand in der Not, verbinden wollen. Diese Sehnsucht haben Eltern, die einen guten Anfang für ihr kleines Kind möchten. Diese Sehnsucht haben aber auch Jugendliche, Erwachsene und Menschen wie Jesper. Jesper wollte Veränderung und damit einen neuen Anfang. Zu diesem neuen Anfang wollte er sich mit Gott verbinden. Die Taufe ist also Verbindung mit Gott, der die Liebe ist. Taufe ist Verbindung mit der Liebe. Jesus hat das auch gemacht. Jesus stand auch ein Anfang bevor, der Anfang seines Wirkens. Und zu diesem Anfang hat Jesus sich mit Gott verbunden. Er hat sich erst mal taufen lassen, bevor er irgendwas anderes gemacht hat. So erzählt es uns das Markus-Evangelium. Erst Taufe und danach Mitstreiter und Mitstreiterinnen suchen, vom Reich Gottes erzählen, heilen, Abendmahl feiern, sterben, auferstehen. Am Anfang war die Taufe. Warum eigentlich, kann man sich jetzt fragen? Jesus ist doch sowieso schon Gottes Sohn, Gott in Menschengestalt. Braucht es da noch eine Verbindung? Die ist doch eigentlich schon da. Ich denke, weil Jesus die Verbindung mit seinem Ursprung brauchte. Im Grunde war die Verbindung schon da, ja. Aber sie brauchte nochmal einen besonderen Ausdruck, sollte sichtbar werden. Für Jesus selbst, aber noch viel mehr für die Umstehenden. Die Taufe im Jordan war für Jesus vielleicht auch ein Vergewissern dieser besonderen Verbindung zu Gott. Jesus war auf besondere Weise mit der Liebe verbunden. Wir heute sind es auch, wenn wir getauft sind. Und die, die es noch nicht sind, die aber diese Sehnsucht haben, mit der Kraft zum Guten verbunden zu sein, mit dem Überwinder des Todes, mit dem Beistand in der Not, denen soll das auch sehr gerne und ohne große Hürden ermöglicht werden. Wie schön, dass es inzwischen wieder Drop-in-Taufen gibt, wie damals am Jordan, in Dänemark, auch bei uns in Deutschland. Und wer weiß, vielleicht ja irgendwann auch auf Helgoland. Amen.